Mein Name ist Christine Lucas und ich habe eine Amnesie. Heute Nacht, während ich schlafe, wird mein Gehirn alles löschen, was ich heute noch weiß. Ich habe Angst. Wer sind Sie? Ich bin dein Mann, Ben. Was? Du hattest einen Unfall. Hallo? Christine, hier ist Dr. Nash. Das würde ich Ihnen nicht sagen, aber wir haben an Ihrem Erinnerungsvermögen gearbeitet. Wir haben ein Video-Tagebuch geführt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ben das weiß. Mein Name ist Christine Lucas und ich habe eine Amnesie. Als man sie vor zehn Jahren fand, hatten sie schwere Kopfverletzungen. Wer wollte mich umbringen? Das weiß niemand. Was? Niemand außer Ihnen. Du verbirgst meine Vergangenheit vor mir. Um dich zu schützen. Wovor? Wie kann ich dir vertrauen? Hier geht es nicht nur um dich. Du darfst niemandem vertrauen. Ich muss mit Ihnen über Ben sprechen. Christine, es tut mir leid. Ben, geh weg von meiner Frau. Du bist die Wahrheit! Ich sag dir die Wahrheit! Hallo, hier ist Dr. Nash. Ich bin dein Mann, Ben. Wir haben vor vierzehn Jahren geheißen. Du darfst niemandem vertrauen. Was auch immer in dieser Nacht geschehen ist, ich muss mich daran erinnern. Es gibt keinen Beweis dafür, dass über uns irgendein magisches Wesen lebt. Wieso willst du unbedingt die Existenz Gottes widerlegen? Mein Mann kommt gleich zurück. Sie, nehmen Sie was Sie wollen. Es gibt keinen Beweis für die Kuchen.